Es gibt da auf jeden Fall dieses richtig krasse Boxmanagement in Frankfurt. Da musst du da hinten. Ja geht nicht. Olli, glaubst du an dein Talent? Glaubst du wirklich an dein Talent? Dann kannst du dich nicht immer in dieser Tankstelle. Warum interessiert dich das so? Ich hab doch Fans im Mannheim, ist doch ne gute Basis oder nicht? Warum? Was willst du von mir? Sonst würde eh nichts. Können wir rummachen. Ja. 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 Ja.